Willkommen hier zu einer neuen Folge von F1 23 mit Teamkarriere. Hier in Season 2 in Barcelona werden wir das erste Mal Strafen einsetzen. Wir werden den kompletten Motorabteilern, die komplette Power Unit einmal austauschen, sprich vom letzten Platz, denn ich werde es mit Strafen machen. Und das werden wir einmal pro Season, oder zweimal pro Season Hälfte machen, mal gucken wie stark die Abnutzung ist. Hier mal willkommen aus Barcelona. Wir werden trotzdem in unsere Qualifiererrunde gehen, denn wir haben ja immer noch einen Rivalen. Kommuniert unbedingt dafür, gerne den Channel kosten, lass das gerne mal willkommen da. Und schaut euch gerne auf Social Media vorbei. Instagram auch gerne auf iTunes-Gaming und auch unbedingt gerne auf TikTok auf iTunes-Viktorium. Wir werden wie immer, also wie die letzten zwei Tage Rennen schon, ein Blitz-Qualifying-Fan. Das ist einfach besser, ein kurzes Qualifying-Fan, denn hier kann man wirklich auch ein, zwei Runs machen und hat jetzt nicht wirklich diesen Drang abzuliefern bei der einen Runde. Let's go! Aus der letzten Kurve raus konnte ich schon mal mehr Schwung mitnehmen. Das sind schon mal ein paar Tausendstel, die ich hier gewonnen habe. Landon Norris hier jetzt auf den 11. Platz. Nigel ist ein bisschen schlechter heute dran, das ist trotzdem egal. Wir werden nie vom letzten Platz starten. Dennoch hier auch Insekterader kommen ein bisschen ins Gras, deswegen verlieren wir hier wieder ein paar Tausendstel. Ohne Null sind wir trotzdem zweieinhalb Zehntel schneller als Lance Troll auf den achten Platz. Jetzt geht's hier rauf auf diesen kleinen Hügel, dann runter. Das ist meine absolute Lieblingskurve auf der Strecke beim rausbeschleunigen. War Track Limits Hardcore hier rausgerutscht und dann nehmen wir ein paar Tausendstel mit hier rauf. Und das war sehr clean, auch nicht auf diesen Sausage Club gekommen, zwei Zehntel gut gemacht. Full Speed hier einmal kurz lupfen, einmal glaube ich schalte hier runter. Und da sind wir bei fünf Zehntel in der vorigen Runde. Er hat sich echt viel Zeit hier liegen lassen. Das ist sogar zwischenzeitlich lila, aber ihr seht auch oben die Zeit. Wir haben noch ein paar Sekunden, die anderen setzen jetzt gerade so zum letzten Run an. Und wir machen jetzt hier den finalen Run-Up in den letzten Sektor rein. Da geht's noch einmal Full Speed. Wow, das war gar nicht gut, da haben wir ein paar Zehntel liegen lassen. Da kommen wir fett in die Strecke und auch die letzte war jetzt nicht ganz so sauber. Dafür nehmen wir wieder ein, zwei Zehntel. Dennoch waren wir eigentlich nicht. 4,6 Kilometer und 14 Kurven. Und das ist die Strecke, wo wir heute vom letzten Platzhaus uns kennen gehen müssen. Also recht. und das Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Russell, Verstappen, Norris, Perez, Albon, Magnussen, Stroll, Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Bottas, Hülkenberg, Zunoda, Duhan, Mansell, Joe, Sargent, De Vries und der Wissenschaftler. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Wir starten also von P22, Mansell auch nur von 18. Ich habe eine Genio-Strategie ausgepackt. Wir werden mit dem Weißen und dann auf Rot gehen. Let's go! Lights out and the way we're going. Wir stehen hier. Der Start war utopisch schlecht. Sogar an Logan Sargent, sogar an De Vries sind besser weggekommen. Hier gehen wir auf die rechte Seite. Also rechts und dann die Linkskurve. Hier müssen wir ein bisschen ins Gras gehen. Und da sind wir schon links an unseren Teamkollegen. Halbwegs vorbei. Rechts bleibe ich ganz nah am Körb. Weil ich weiß, gerade Turn 1 ist ein bisschen wie ein Stau. Hier sammelt sich alles und es wird viel enger in diesen nächsten folgenden Kurven. Und da können wir uns behaupten, auf den 18. Platz. Ja, da zieht ein bisschen dahin. Ja, das ist natürlich so eine normale Linie. Nur ich wollte da ein bisschen reinhalten. Aber das ist absolut nicht gegangen. Hier können wir jedoch reinhalten. Und das ist Platz Nummer 17. Das ist wirklich... Ja, da lassen wir noch innen genug Platz. Ja, aber ich konnte da auch nicht dranbleiben. Jetzt sind wir auf den 17. Platz nach vorgerückt. Ähm, ja. Das ist auch so unsere Umgebung hier. Ja, ich meine, ich identifiziere mich jetzt nicht bei dem 17. Platz. Aber es ist natürlich unsere Umgebung hier. Gratso, Hültenberg, ähm, Yuki. Das sind halt alles so Teams, gegen die wir auch, ja, wenn wir so auf den 10. 11. 9. Platz herumfahren. Mit dem wir uns abarbeiten müssen. Und hier gehen wir außen ein bisschen eine andere Linie. Die Versleifen brauchen natürlich ewig, um ins Temperaturfenster zu kommen. Halten aber natürlich auch ewig. Und bei einem 320 Rundenrennen auf einer Strecke bis Spanien ist, glaube ich, auch ein stabiler Reifen. Ein, ja, eine große Voraussetzung. Hier gehen wir mal vorbei und da ziehen wir auch im Winchart. Na, da vorne ist auch jemand auf einer ähnlichen Strategie wie wir. Ich glaube, das ist ein Alpha. Der ist auf dem weißen Reifen. Und da geht es auch richtig zur Sache. Ich wollte ihre Bottas, die auch auf dem weißen Reifen kommen können. Da vorne. Halleluja. Da ist wirklich ordentlich was dran. Yuki. Dann haben wir da vorne. Bottas Hültenberg ist dabei. Das ist wirklich eine richtige Kampfgruppe. Ich glaube, ganz vorne fährt sogar noch ein Alpin mit. Da ist wirklich alles dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute circa. Und ja, da wären wir schon auf dem 11. Platz. Das ist echt wichtig, dass wir hier nach vorne kommen. Jetzt arbeiten natürlich die roten Reifen noch viel besser. Aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir gerade zu Beginn schon so gut mithalten können mit den anderen. Und ich hoffe natürlich, es bleibt so. Es bleibt weiter hinzu. Jetzt hier im Windschatten. Zack. Hier an Yuki dran. Ich glaube, das könnte den Turn 10 rein. Er deckt das sogar innen ab. Und da können wir ihn außen, ich will nicht sagen überholen. Aber ich glaube, da können wir den Weg abschneiden. Denn jetzt kommt die Rechtskurve. Und da ist er jetzt außen. Und gerade in dieser Kurve willst du nicht außen sein. Da können wir ganz gut vor Bayern nehmen. Und jetzt auch Walter Wotters vor uns. Der Finner, der ist auch auf der Geirke-Strategie wie wir. Das macht das Ganze natürlich wesentlich einfach im Windschatten. Guckt euch mal an, wie stark unser Auto bitte im Windschatten ist. Wie schön wir uns da dran saugen können. 333 kmh ohne Turn 1 bremsen wir ganz spät. Das ist echt okay gelungen. Da kämpfen jetzt die beiden erst Martins gegeneinander. Der Stau hat sich ein bisschen aufgelöst. Ich glaube, der Alpine konnte sich ja ein bisschen mehr absetzen. Und weil auch die da ihren internen Fährt ein bisschen haben. Können wir hier im Windschatten uns auch ein bisschen an Perstvertrains sorgen. Jetzt gucken wir uns auch mal die Startrower planen. Ich spiele für unsere Verhältnisse. Denn normalerweise mache ich das immer nach der ersten Runde. Aber es war wirklich so viel Action gerade in den ersten 1-2 Runden. Gerade wenn du von so weiter hinten startest und eine andere Strategie hast. Das macht halt viel mehr Spaß, wie wenn du permanent abdecken musst. Der McLaren ist ja wirklich grottig weggekommen. Fast genauso schlecht wie ich. Und wir konnten hier dann ja bei der Boxenausfahrt ein bisschen Platz machen. Und da gingen wir mit Nigel rein. Ich glaube, ganz, ganz nah sind wir uns gekommen. Aber irgendwie, ja, Schaden oder so war das jetzt keiner. War eine stabile erste Kurve, würde ich sagen. War jetzt auch nicht so, dass ich sage, so Halleluja, wir hatten den OP-Genius-Start. Und ja, vielleicht, wenn die Stadt besser gewesen wäre, hätten wir da auch den ein oder anderen vor uns noch gehabt. Ich denke mal den Williams locker. Und eventuell auch den Haas, ah, den Alfa Tauri. Und ja, vielleicht ist da was. Ich freue mich wirklich. Einfach ein Pop-Event gerade. Das macht richtig, richtig Bock auf mir. Abonniert wirklich gerne, falls ihr noch nicht habt. Und jetzt hier auch dann, da sind wir ein bisschen weit gegangen. Ähm, gerade innen da war ich immer eine komische Linie gerade in dieser Kurve. Dann außen am Alfa Tauri vorbei. Und dann auch hier wieder außen am Alfa Tauri. Also Daniel, das ist jeder gleich Alfa Tauri. Da konnten wir einfach nicht mithalten. Außen und jetzt hier außen. War eigentlich easy. Das hat Spaß gemacht gegen Yuki. Solche Manöver machen eigentlich immer Spaß. So unerwartet. Und Spanien ist halt wirklich, gerade mit den Umbau-Betten, einfach nur genial. Ende Runde Nummer 3. Und wir sind hier jetzt an Oskar Piaustville dran. Start und Ziel erpuppt sich als beste Wohlmöglichkeit. Gerade so in Richtung Turn 1. Man kann nicht mit dem DRS und Windschatten oder IAS so viel Zeit gut machen, ganz langsam hinterherfahren. Da jetzt auch ein Nico Hülkenberg. Und dann ist ein größeres Loch zu Pierre Gasly. Und auch zum Rest des Feldes hier. Also die Astmatis haben Ohren nicht abreißen lassen. Und da sind wir jetzt auch an Nico Hülkenberg dran. Ende Runde Nummer 4. Also eine ganze Runde hat es gedauert. Auch zweimal persönliche Bestzeit. Oh, ein bisschen zu weit rausgekommen. IAS on habe ich ein bisschen aufgespart. Ich weiß, intelligentes IAS-Lanagement gehört nicht zu meinen Stärken. Und das ist wieder vorbei. Ich bin eigentlich smart. Aber punkte sowas, da vergesse ich wirklich, wenn ich dann überholen muss und so. Es ist schwierig für mich das Ganze noch. Ich finde auch im anderen Formel 1, also im vorherigen, war das ganze EAS nicht so schnell verbraucht wie in diesem. Das ist ein bisschen nervig. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern. Wir sind in Runde Nummer 5. Und ja, Spanien ist einfach toll zu überholen. Ich würde immer wieder in Spanien vom letzten Platz starten wollen. Denn ja, hier ist es einfach nur genial zu überholen. Und jetzt müssen wir uns natürlich ein bisschen der Aufholjagd widmen. Denn da vor uns ist wieder eine kleine Kampfgruppe mit McLaren. mit Haas, glaube ich, ist da dabei. Der Gasly und auch der Stroll ist dabei. Und auch ein zweiter McLaren. Also ja, halt. Ich glaube, wir sind da noch der zweite. Nein, das ist der Austria, oder? Nein. Hey, wer ist der zweite McLaren? Norris, natürlich. So, wir sind jetzt hier in Runde Nummer 11. Und sind schon deutlich näher an die Jungsbrons reingekommen. Nur, mich wundert es halt wirklich, wie lang diese roten Reifen halten. Das ist ja nicht mehr von dieser Welt. Die roten Reifen sind einfach sehr strong. Und da sind fast bei den Weißen von der Lebensstory ja ähnlich. Das ist, ja, ich finde es nicht so extrem cool. Weil, ja, da hätte ich auch mit den Gelben starten können. Egal, 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 egal. Wir können trotzdem noch ein, zwei Runden länger draußen bleiben. Ob das jetzt natürlich gut ist oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich werde trotzdem hier alles geben, das wir schaffen. Unbedingt hier Punkte zu holen. Das wäre einfach nur mächtig. Auf den 11. Platz, ohne dass jemand gebetet hat. Das ist schon mal wirklich eine Wahnsinnsleistung. Und es sieht auch so aus, als ob heute Punkte drin wären. Ich würde mir echt wünschen. Und wir dürfen halt wirklich hier keine großartigen Fehler machen. Denn das wäre halt ein bisschen schade. Das ist so ein cooles Rennen. Die ersten gehen jetzt endlich in die Box. Und wir werden weiter nach vorne gespült. Auch die Mercedes sind drin. Und wir gehen, wir sind weiter gefahren. Wir sind, noch ein, zwei Runden haben wir drangehängt. Ich wollte nämlich auch, ja, nicht mal die Gelben, sondern auf die Roten Reifen gehen. Und das Ganze noch besser zu machen. Werden wir jetzt wirklich auf die Roten Reifen gehen. Und es ist halt wirklich so eine Überraschung, wo wir rauskommen. Denn ich bin mir absolut nicht sicher, für was das Ganze reichen wird. Die Base war eigentlich mittelmäßig stark. Boxen einfach ein bisschen aufpassen. Da ist ja diese komische Bodenwelle. Und da haut es sich irgendwie immer drüber. Ich weiß nicht, warum man da eine Bodenwelle eingebaut hat. Man kann die Kurve nicht voll nehmen. Und das ist dann wirklich bitter. Die ersten sind schon vorbei. Wir sind jetzt schon 7. Platz. 8. 9. 10. Und 11. Drücken schon an. Wir gehen auf den Roten Reifen. Das ist eigentlich besser. Zuerst hätte ich mir gedacht, von Weiß auf Geld. Nur ich wusste halt, dass das wirklich schwierig wird. Und das ist Platz Nummer 6. Nein. 17. 18. Nein, 16. Jetzt sind wir 16. Es ist Platz Nummer 16. Und das ist wirklich bitter. Das ist sehr bitter. Wir haben all in all 5 Plätze verloren. Und ja. Ob sich das Ganze noch auszahlen wird. Das werden wir jetzt sehen. Jetzt beginnt halt wieder unsere große Aufholjagd. Von P16 aus. An Yuki Tsunoda. Hier schon mal dran. Da hatten wir vorhin das geile von außen. Überholmanöver in Turn 10. Und ich glaube jetzt wird es auch wieder für Turn 10 reichen, oder? Schaffen wir es schon vorher? Nein. Es geht sich schon vorher aus. Auch er bekommt TRS. Diesmal gehen wir aber nach innen. Weil wir sind halt auch einfach viel schneller. Und das ist ja. Der 15. Platz. Es ist heute. Nicht so top als ich mir das vorgestellt habe. Trotz dem Paris schnellste Rennen. Und ich glaube dafür wird er das Rennen an. Und ist auch in der Weltmeisterschaft. Und nicht besser Kandidat für den Titel. Diese Season bei uns. Und jetzt hier aus dem Winchland. Wir kommen halt viel viel besser aus. Der Winchland. Und das DRS. Und auch noch das IAS. Und da kommen wir schon fast. Wir waren nicht mal auf der Kurve draußen. Waren wir schon an. Piastri vorbei. Unser Ex-Team Kollege. Von Season Nummer 1. Jetzt auch an Nico Oeckenberg. Aber es hat ein paar Stunden gedauert. Da gibt es schon den ersten Pendler. Ja natürlich. Die Reifen sind nicht gemacht. Also man sie so hart von dem Angeln nimmt. Und auch vor uns. Die Ziele sind in greifbarer Nähe. Und ich hoffe natürlich. Dass sich da auch manche Reifen noch ein bisschen. Dass da noch ein paar Reifen eingehen. Denn Oeckenberg ist locker drin. Ich würde sagen auch Albon ist locker drin. Und nach vorne hin wird es dann halt schwierig. Denn die kämpfen halt alle. Ein bisschen. Und ich will halt. Ich will da wieder vorbei. Punkte werden halt. War halt wirklich die einzige Motivation. Die ich bei dem heutigen Rennen hatte. Von ganz hinten starten. Dennoch Punkte holen. Ist das doch wirklich. In fünf Runden. Werden wir es auf jeden Fall sehen. Jetzt hier am Windscharten. Easy. Auch am zweiten ersten Martin vorbei. Wieder am zweiten ersten Martin vorbei. Gegen die haben wir doch gefühlt das ganze Rennen gekämpft oder? 13. Platz. Das ist schon mal ein starkes Ergebnis. Ich meine wir sind im Feld von 22 Fahrern. Und das ist dann wirklich stark. Hier ist ein Zweierkampf. Und das wäre dann schon unser elfter Platz. Wo wir eigentlich ja waren vorm Stopp. Und ja ich glaube die zwei holen wir uns locker noch. Da sind wir aber dann trotzdem auf diesen ersten Platz der Loser. Denn der elfte Platz ja wissen wir ist der erste der keinen Punkt bringt. Wir haben zwar die schnellste Rennrunde. Aber ja die bringen uns halt nix wenn der zehnte Platz nicht da ist. Wir könnten unsere Punkte verdoppeln mit dem zehnten Platz. Nur es ist halt wirklich so weit noch nach vorne. Und es sind nur noch die Runden. Und auch die Reifen werden nicht besser mit Runde zu Runde. Mann das wird doch knapp. Das ist ein Hard Breaking Final. Hier in Spanien. Ein Rutscher von Stroll. Da kommen wir ein bisschen sauberer raus. Aber ja ob wir das schon schneller war weiß ich nicht. Jetzt glaube ich könnten wir es mal wagen auf Start und Ziel an Stroll vorbeizugehen. Viel Schwung mitgenommen aus Turn 11 hier. Nein ich glaube ich es ist Turn 13. Und hier im Windschatten geht es auch an Stroll ran. Das wird knapp werden. Wieder in Richtung Turn 1. Hier ist es wieder aus. Hier ist es um Himmel ran. Und jetzt in Turn 1 reicht es nicht. Es reicht noch nicht. Und das könnten wirklich wichtige Zettel sein. Die wir hier oder wichtige Positionen die ich hier vielen zu liegen lasse. Ich gebe natürlich alles. Ich bin wirklich so auf 100 getrimmt. Aber ja jetzt lassen wir auch ein wenig beide Reifen nach. Ich meine wir pushen jetzt seit Runde 17. Und das sind jetzt auch schon. Das ist jetzt schon die vierte Runde. Und nein ich glaube es ist jetzt 16. Nein seit 17 glaube ich pushen wir. Und ja das wird echt. Ich habe mir den Effekt viel größer vorgestellt. Von Rudolph Gale. Doch das ist wirklich nicht mehr so was es mal war. Diese roten Reifen sind einfach nur Schrott. Ich weiß nicht. Wie findet ihr das? Ich finde die roten Reifen sind einfach nur kacke. In der 20. Runde. Und jetzt sind wir näher ans Troll dran. Auch der Exit aus. Turn 13. Jetzt sind 14 rein. Geht gut voran. Jetzt im Windschatten. Hier ist es on. Auch wenn es nur ein paar Prozentchen sind. Hier ist es wieder aus. Ja und jetzt ist es trotzdem wieder aus. Und jetzt im Windschatten saugen wir uns auch rein. Albo dran. Turn 1. Das war's. Jetzt sind wir mal zwölfter Platz. Und hier sind nur noch drei Runden zu gehen. Es sind drei Runden und zweieinhalb Sekunden auf Pierre Gasly. Das wird nahezu unmöglich werden Leute. Trotzdem versuchen wir das Unmögliche möglich zu machen. Hier in Barcelona. Schönes Land. Schönes Land. Haha. Kennt ihr die? Ja. Rachenlord. Jetzt aber zurück hier ans Werk. Am Windschatten hängen wir schon. Aber es ist noch ein bisschen hin. Jetzt Inkel konnten wir wieder aufholen auf Gasly. Es wird so knapp werden. Ja jetzt sind wir im DS Fenster drin. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Natürlich reicht es hier nicht. Reicht das? Ja. Da wird auf Küpfen wieder raus. Ich glaube auch, dass jetzt schon langsam die Zeit beginnt. Wo die Gelben schneller sind wie die Roten. Aus der letzten richtigen. Ja. Jetzt kommt die letzte richtige Kurve. Ich glaube in Turn 1 könnte es was werden. Unser Exit war wieder exzellent. Da verlieren wir richtig viel Zeit. Also verlieren wir. Ja. Wir schleiden einfach vom Vorsprung runter. Und ja. Da zuckt er raus. Ja. Da kommt es zur Berührung. Aber auch nur weil er so halbherzig rauszuckt. Also er zuckt nicht ganz. Aber auch nicht full. Und ja. Ich kann ihn ja doch nicht ganz drauf fahren. Ja. Das ist Platz Nummer 11. Und jetzt haben wir noch eineinhalb Runden Zeit. Um 2,6 Sekunden aufzuholen. Ich bin ein sehr großer. Ähm. Wie sagt man? Einer der immer auf der positiven Seite ist. Aber selbst ich glaube, dass das nicht optimist. Aber selbst ich glaube, dass das nicht reichen wird. 2,4 Sekunden. 2,3. Es sind aber schon. Ja. Nur noch 2,3 Kurven. Das ist es leider gewesen. Gasly und Norris hätten ein bisschen fighten müssen. Dann hätte es vielleicht gelangt. Jetzt halt. Ja. Nur der elfte Platz. Wer holt die schnellste Rennrunde. Doch der Punkt zählt nicht. Und man kann eigentlich all in all sagen, dass dieses Rennen leider, leider, leider nicht mein bestes Ergebnis hervorbringt. Aber es hat mir einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. So viele Leute überholt durch Taktiken und so. Es war einfach geil. Und wenn ich mit den gelben Reifen gestartet wäre, glaube ich wäre es rückblickend auch besser gewesen. Nur das weiß man halt im Vorhinein nicht. Wir sind drauf auf der Idee geworden. Auch die Fastest Lab haben wir geholt. Nur der zählt leider nicht. Das ist schade. Ein weiterer großer Preis von Spanien ist vorüber. Was für ein außergewöhnliches Rennen. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen? Ich denke die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache. Aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren. Falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Hier sind wir nun im Final Class Mont 11. Platz. Schnellste Rennrunde. Trotzdem stehen dahinten 0 Punkte. 22. Platz muss ich trotzdem sagen. Wir haben das halbe Vrede aufgeholt und das ist wirklich genial. Das ist wirklich spaßig gewesen. Toll. Und hat mir ordentlich, ja richtig gebockt. Es wäre halt dann wirklich die Krönung gewesen, wenn du die schnellste Rennrunde, wenn du da halt wirklich den 10. Platz noch holst. Trotzdem muss ich sagen, ist das toll. Wir sind 8 in der Weltmeisterschaft. Es geht nach vorne für das Haas Sports German Team. Doch ja, es ist eher ein schwächerer Saisonstart als vorhin. Also in der vorigen Season. Wir sind nur auf dem sechsten Platz. Sind aber theoretisch in der Lage, bis auf den vierten. Die McLaren sind einholbar. Mit einem sehr strongen Ergebnis mal. Gerade Kanada könnte uns gut passen. Aber auch Österreich und Silverstone bin ich nicht abgeneigt. Dann kommt das Comeback von Lekas Delay. Also da können wir wirklich noch gespannt sein. Team Anerkennung geht es wieder nach oben. Nigel hat ein bisschen schwächelndes Wochenende. Im Qualifying eher schwach unterwegs. Und wir verlieren hier wichtige Sponsorengelder. Denn ich habe weder den einen noch die drei Punkte verdient. Ja, diese Risiken muss man eingehen, wenn man einen Motorwechsel macht. Ich kann das jetzt auch nicht irgendwie beschönigen. Das war eher ein semi gutes Wochenende. Aber ich freue mich dennoch für heute. Ein eigentlich gutes Rennen. Was uns natürlich leider trotzdem keine Punkte gebracht hat. Morgen sollte dann Breaking Point wieder kommen. Also ich möchte das auch endlich zügig fertig bekommen. Schaut da auch unbedingt gerne vorbei. Abonniert auch unbedingt gerne. Und ich würde sagen. Ja, wir nehmen hier noch ein paar Änderungen vor. Ein paar Anstellungen. Ich nehme einfach keinen. Ich gehe auf keinen Kommentar. Denn weder Max noch Teres noch Hamilton kann ich schlagen. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Auf Instagram. Vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Links werden alle unten in der Bio. Und falls ihr noch nicht habt. Würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo von euch freuen. Und auch gerne über einen Daumen hoch. Bis morgen oder später. Auf TikTok könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da kommt auch später noch ein Video online. Und Bye. Bye.